Moin Moin ihr Lieben, mal wieder ein Video aus dem Auto und zwar bin ich jetzt gerade auf dem Weg zum Krankenhaus wegen der weiteren Untersuchung, wegen meiner Schulter und ich hab mir gedacht, jetzt machst du kommen, bevor das alles wieder zu lange dauert, das Wetter nicht mitmacht und so, ich wollte ja gerne das FAQ Video, wollte ich ja gerne in einer geilen Location machen und und und, aber das Wetter ist einfach mal reudig für den Arsch und zwar richtig schön mit Regen und kalt und ich trage auch schon wieder Jacke und ne, muss nicht sein. So, ich bin jetzt gerade auch direkt auf der Autobahn, macht das bitte alles nicht nach, wir werden auf jeden Fall das FAQ Video so hier direkt so aus dem Auto heraus machen, erstmal trotzdem sehr, sehr vielen Dank für die Resonanz, weil wieder für die letzten paar Videos, also what the fuck, das Video Vlog 2 sozusagen, ein Tag mit mir hat mehr Aufrufe als Knife Giveaway, sprich, das sagt mir, okay, das gefällt euch, da habt ihr Bock drauf und das ist genau das, wo, sag ich mal, der Kanal hinläuft, quasi Twitch Highlights, ein paar Games-Kram hier und da und ja, dann halt diese Event-Kram und in dem Fall jetzt auch Vlogs. Wir wollen auch gar nicht so lange schnacken, wir fangen einfach mal an und zwar, ich werde unten richtig schön professionell, werde ich hier oben, da so ungefähr, das Kommentar einfügen, dass ihr Bescheid wisst, wer das war und zwar hat der liebe Prey geschrieben, FHQ, wie bist du zum Stream gekommen? Wie bin ich zum Stream gekommen? Ich habe das schon heftig aus meinem Stream noch erzählt, ich streame ja seit erst nach dem 2016, diesen Spruch kennt, glaube ich, schon jeder und wir haben uns damals mit YouTube, haben wir uns erstmal so auseinandergesetzt und haben uns gedacht, ey, für die Scheiße, die wir sozusagen auf YouTube und so bringen, nee, für diese Scheiße, die wir in den Games und so machen, ist es halt so, dass wir Bock hatten, dass andere Leute das sehen. Leute, die sich darüber amüsieren können, für die, dass wir quasi den Leuten Lachen ins Gesicht bringen. So und genauso ist es wie heutzutage auch mit YouTube, war mir ehrlich gesagt dann der Content ein bisschen zu lange, weil ich für ein Video drei bis vier Stunden geschnitten habe und da wirklich eine räudige Resonanz dafür gekriegt habe, was dann natürlich auch nicht irgendwie motivationsmäßig für mich ist. So dementsprechend habe ich jetzt angefangen mit Streamen irgendwann und das hat halt wie eine Bombe eingeschlagen. Die Community ist so schnell so groß geworden und das habe ich mehr als gefeiert. Das fand ich sehr, sehr geil und das bringt mir auch richtig, richtig Spaß. Auch so ab und zu ist es stressig, ihr kriegt die Emotionen und so mit, aber es ist mega, mega cool für euch, für die Community Streamer zu sein. Bringt mir mega, mega Spaß. Da wollen wir jetzt auch gar nicht so weit drauf eingehen, ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Wir gehen jetzt weiter und zwar fragt der liebe Kuchenrevolver, was willst du noch im Leben erreichen? Was will man ganz groß im Leben erreichen? Frage ist berechtigt, ist, finde ich, auch eine gute Frage. Es ist halt so, was möchte ich erreichen? Ich habe einen guten Job, ich habe halt diesen Rückschlag gehabt mit meiner Krankheit, dass ich da halt, wie gesagt, auch finanziell ein bisschen in die Misere gekommen bin. Aber was möchte jeder im Leben erreichen? Ich möchte später keine Geldsorgen haben, das ist ganz wichtig. Ich möchte später eine Familie gründen, wo alle auch in meiner jetzigen Familie gesund und munter sind. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass die Leute, also wie gesagt, Gesundheit an sich ist halt auch schon das A und O, was du jemandem da bringen musst. Und ich möchte später ein Haus haben, Kinder und ja, dass halt alle gesund sind. Ich denke mal, das ist so Standard für jeden, der sagt, pass auf, was möchtest du im Leben erreichen? Armut und so ist natürlich jetzt nicht so, was du gerne großartig auspressen möchtest und ist natürlich doof. Somit Frage Nummer 2 beantwortet. Wir haben auch nicht ganz so viele Fragen, bin ich ganz ehrlich, aber es wusste noch keiner, dass es sowas gibt. Und ich hoffe, dass für das nächste Video dann genug Kommentare oder Fragen vielleicht auch anstehen, dass das Video auch ein bisschen länger geht, weil ich jetzt die Kommentare sozusagen ein bisschen mehr drauf eingehe, als ich es machen würde, wenn mehrere Kommentare da wären sozusagen. Der liebe Fabi fragt zum Beispiel, denkst du, dass du das mit Stream beruflich machen wirst? Komplett davon leben? Fragezeichen. Lieber Fabi, ich habe das schon des Öfteren mal gesagt. Ich finde das eine sehr gute Frage, auch so, dass das auch mal so rüberkommt. Und zwar möchte ich das beruflich nicht machen. Ich habe einen guten Job. Ich bin ja gelernter Tischler, bin rüber in die Industrie, ich baue ja die Scheißhäuser für die Flieger und ich habe einen sehr, sehr guten Job. Ich habe eine super Firma, die Leute sind mega cool drauf und ich könnte ehrlich gesagt kein random Leben führen, was bedeutet morgens oder beziehungsweise irgendwann aufstehen, irgendwann einschlafen, irgendwann cutten und irgendwann, irgendwann. Ich brauche irgendwo in irgendeiner Form auch einen geregelten Alltag. Das heißt für mich Arbeitszeiten. Arbeitszeiten wie morgens früh aufstehen zur Arbeit, raus aus der Wohnung, ganz wichtig und let's go. Ganz, ganz wichtige Situation oder beziehungsweise auch ein Beispiel. Ich bin ja jetzt monatelang zu Hause gewesen wegen meiner Schulter und war da dementsprechend auch gut für Streaming da und hatte auch sehr viel Zeit dafür. Aber man merkt halt auch dann bei mir, dass die Laune auch irgendwann sinkt, weil du wirklich 24-7 immer nur noch daran denkst, alles klar, du hast jetzt gerade nichts zu tun. Dir fällt aber auch nichts anderes mehr ein, außer dich an den Rechner zu setzen. So und da vernachlässige ich natürlich auch ein bisschen das Real Life. Und dementsprechend kam auch eine gewisse kleine kurze Zeit halt erstmal gar nichts. Und dementsprechend von hier. Eine Frage habe ich noch. Ich hoffe, Fabi damit ist die Frage beantwortet. Eine Frage habe ich noch von dem lieben Matti. Wie ist deine Meinung zu den 0815-Youtubern? AKR, KS Freak, etc. Ich denke mal 0815-Youtuber, ich weiß jetzt nicht, ob die Frage jetzt so ernst genommen ist, aber ich gehe da trotzdem kurz drauf ein. Das sind Leute, die haben jetzt nun mal YouTube als ihren Beruf gewählt. Und ich würde nicht behaupten, dass da jetzt irgendwie 0815 im Raum stehen könnte, weil die bringen auch ihren Content und bringen auch Leute zum Lachen, wie ich es auch gerne mache. Oder halt je nachdem im ernsten Content. Es gibt Pro und Contra auf jeder Content-Seite. Ich finde, auf YouTube ist es sowieso schwer, irgendwie großartig Reichweite zu generieren. Und ich sage mal, für die Leute, die diese Reichweite haben, Respekt dafür. Und es gibt ja so viele Leute, die ihren Content auch gut machen. Es gibt auch viele, die machen ihren Content nicht so gut, aber es ist trotzdem Content. Und es ist deren Beruf für die Leute, die über, keine Ahnung, 100.000 Abonnenten haben. Für den Rest ist es halt noch Hobby-mäßig. Und ich glaube nicht, dass sie unbedingt davon leben können. Aber ich weiß nicht, wie das da so aussieht. Ja, ich denke mal, damit ist die Frage auch beantwortet. Wir können sonst gerne im nächsten Video auch gerne nochmal ein bisschen detaillierter auf irgendwelche Fragen eingehen, wenn ihr das möchtet. Das wird demnächst nochmal von dem lieben Opel-Fahrer. Der hatte nochmal gefragt, Thematik Tattoo. Könnt ihr ja gerne als Kommentar, also ein Video über meine Tattoos, kann er ja gerne als Kommentar nochmal unterschreiben. Und ihr könnt es ja gerne mal wegliken, sozusagen, dass ich weiß, okay, ihr hättet da auch Interesse für. Und so dementsprechend könnten wir da natürlich auch was draus machen. Bis dato fand ich auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr vielen Dank für die Resonanz. Ich bin jetzt auch gleich da. Und ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert ein paar Kommentare, dann wird es quasi im nächsten FAQ wird dann eure Fragen nochmal diesbezüglich. Im nächsten Video auftauchen, weil ich der Meinung bin, dass für dieses Video haben die Leute das jetzt nicht ganz geschafft. Und auch die Fragen da reinzustellen. Und ich finde es mega cool, mir bringt es Spaß, Leute. Mir bringen auch Vlogs Spaß, weil, ich sag mal so, ich stecke da von meinen Voices her, stecke ich da viel Liebe rein. Und vom Cut gebe ich mir Mühe, aber wir schauen einfach mal, wie das läuft. Bis dato wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Lasst einen Daumen da, kommentiert fleißig und haut rein, ihr Lieben. Ciao, ciao.